Mein Name ist Johannes Vogel, ich bin Generaldirektor des wunderbaren Museums für Naturkunde hier in Berlin seit zwölf Jahren und ich freue mich unheimlich, dass ich am 11. Februar zur Wahl gehen kann. Hinter mir, da seht ihr ganz viele Dinosaurier. Die sind ausgestorben, die hatten keine Wahl. Wir als mündige Bürger können entscheiden, dass unsere Demokratie lebt, deswegen gehe ich wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017